Das passiert über die Bedachtshitze. Er im Schatten, sie in der Sonne. Ein kleiner Rentner da hinten. Mal gucken, was der Theomita sagt. Der Klubik dem Theomita nicht, jetzt hegt mir grad 40 Grad an in der Sonne. Wieso, da können sie selber. Vielleicht mach ich heute Nachmittag noch mal ein bisschen Bad. Da haben sie auch hier Wasser. Und hinten ist eine Tränke. So. 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 So.